so das nimmt jetzt auf und genau es nimmt es auf also du machst folgendes ich zeigte ich zeigte jetzt mal kurz hier im video was dieses es ist lustig du hörst mir zu aber gleichzeitig tue ich so als ob du das siehst also cool also wenn du diesen ich kann das jetzt hier nicht abschalten das läuft also das läuft zeigt auch die cpu laut an aktuell weil er ziemlich viel hin und her routet knappe siebeneinhalb prozent oder sieben knappe acht prozent sogar aber ist egal du startest hast du suchst diesen core audio als treiber aus beziehungsweise ist der standard das bringt er dir am anfang so ein wizard bringt er dir hoch und dann sagst du start und dann routet der und dann klickst du auf den routing knopf und dann geht unten dieses fenster auf was du hier siehst wenn du das video anschaust und du siehst auf der linken seite die send ports also alle sachen die ausgänge haben und die darin auftauchen sollte was nicht sofort auftauchen dann musst du in dem entsprechenden ding den sogenannten jack router als audio interface auswählen und das andere sind die sogenannten receive ports also da wo sound reingeht also wenn wir uns jetzt den mumble anschauen auf der linken seite als send port mumble hat beides und hat zwei send ports und zwei receive ports natürlich also immer stereo so jetzt heißt es also die send ports von mumble das ist das wo du drauf bist diese send ports werden hier bei mumble als out 1 und out 2 bezeichnet die kann ich jetzt hinruten wo ich möchte genau ganz genau das heißt in meinem fall siehst du jetzt warte mal du kommst jetzt quasi hast es muss ich mal schauen du rutet etwas von einem send port auf einen receive port in dem zuerst den indem du zuerst den send port anklickst und dann den receive port dazu doppel anklickst musst immer zuerst links anklicken und rechts doppelklicken ich mache das jetzt mal mit mumble und zwar nehme ich jetzt mal mumble out 1 und ich habe hier einen input screen flow record also das ist die audio aufnahme vom screen flow ja die taucht jetzt hier als devices auf ich nehme jetzt mumble out 1 und doppelklicke auf screen flow record in 1 habe ich hier ein doppelklick gemacht das klicke ich auf mumble out 2 und mache auf in 2 bei screen flow record ein doppelklick so und wenn du jetzt sprichst jetzt spreche ich 1 2 3 4 das tauchst du in der aufnahme plötzlich auf weil dein weil der mumble out jetzt an den screen flow rangeht du siehst ja in meinem video wenn ich jetzt links den entsprechenden send port angewählt habe dann wird auch rechts der entsprechende send port der entsprechende receive port der gelinkte aktiv also out 1 hat den in 1 out 2 hat den in 2 außerdem siehst du das mumble out wenn ich mal mumble oben anklicke also dann sind beide unten ausgewählt quasi geht jetzt an screen flow record und an alle vier system playbacks diese playbacks sind in diesem fall die zwei receive ports wo meine ohren dranhängen also die kopfhörer und die zwei playback ports die auf den stream gehen das ist hier playback 3 und playback 4 wirst du gleich sehen wenn du es anschaust und dann siehst du rechts noch mal die connections umgekehrt geht das auch wenn ich jetzt hier auf screen flow record receive port klicke dann sehe ich welche send ports dahin ruten also in dem fall system capture 1 und 2 das ist das mikrofon und mumble out 1 2 das bist du dann habe ich jetzt zum beispiel mein itunes da siehst du auch wo das hingeht das geht jetzt an alle vier system kanäle also meine ohren und den stream und und dann mumble also hier habe ich jetzt itunes wenn ich das starte dann kommt das bei dir an und es kommt auf meinen ohren an und es kommt auf dem stream an mache ich wieder pause ist es wieder weg ja damit muss man ein bisschen spielen manchmal tauchen die sachen nicht auf das liegt dann daran dass sie nicht als audio device den jack router eingestellt haben oder wenn es sachen sind die systemen einfach den den default sound treiber vom system verwenden dann musst du das system über den jack router laufen lassen input und output und dann taucht hier zum beispiel itunes auf oder screenflow bei screenflow kannst du auch nicht explizit sagen nimm das und das audio device ist glaube ich das vielleicht vielleicht vertäusche ich mich da egal auf jeden fall ist das wahrscheinlich der trick wie sie das gelöst haben warum das überhaupt noch funktioniert weil du dann in weil sie sich als audio device am system anmelden und du in der software von der aus zu schicken willst musst du halt diese den 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 jack usx als sound device auswählen als empfänger also macht das mal mit einem ganz simplen dingen also in deinem fall wirst du wahrscheinlich eben bei send ports deine dein system haben also deine bild ins und dann hast du noch deinen audio device und die ports und bei receive ports entsprechend auch und hängt da einfach mal also ich wenn ich jetzt hier mal mumble aufmach warte mal ich ziehe mal kurz mumble hier rüber dass du das siehst und mache hier mal den die konfig auf von mumble dann siehst du audio input ist jack router und audio output ist auch jack router und deshalb kann ich jetzt ganz elegant hier in diesem connections manager sagen man will out geht an die screen for record und system und das man will in wird gefüttert von eben system capture also mikrofon und itunes out so kannst du einzelne sachen machen du kannst jeden einzelkanal irgendwo hin routen oder auch stereo kanäle das ist ein bisschen umständlicher aber geht auch dann habe ich noch ein quicktime player siehst zum beispiel dass der der out vom quicktime player den ich hier habe den wirst du gleich im video sehen geht an meinen an meinen kopfhörer und in diesem quicktime player hier oben ist der habe ich geöffnet unseren stream das heißt wenn ich jetzt den stream überprüfen möchte kann ich mir den hier auf die ohren holen mit fünf sekunden zeitverzug wenn ich den jetzt wieder an mambel schicke dann hörst du jetzt den stream jetzt habe ich einen doppel und im screen jetzt wieder an mambel schicke jetzt den stream mumble aus und den screen for record wieder aus so jetzt ist wieder ruhe also kannst du völlig tolle kapriolen machen das ist ganz klasse und ich stoppe jetzt mal hier das recording und schickt ihr das und dann wird es vielleicht auch ein bisschen klarer was ich dir gerade fünf minuten lang erzählt habe